Otto Lechner wird beim Festival mit Louis Austen, Ramona Kaschener, Melissa Coleman und Erika Plucher auf der Bühne stehen. Präsentation bizarrer musikalischer Erfindungen in Form von Objekten und Fotos von Hans Cziric. Es sollte eine gesellige Begegnung sein mit dem Festival, möchte Lechner seine Musik, seine künstlerischen Ideen umsetzen und emotional berühren sein Publikum erfreuen. Musik ist ein schlechter Trost, aber manchmal manchmal das Beste, was wir haben. Wenn sie erfolgreich ist, gibt sie uns eine Vorstellung davon, wie hochentwickelte Individualismus und gemeinsame Handlungen zusammenklingen und befruchtet werden können. Das Festival sollte nicht nur eine Folge von Konzerten sein, sondern eine gesellige Begegnung von Menzg. Das Festival sollte nicht nur eine Folge, weil sie erfolgreich sind, wie hochentwickelte 마지막 Mal im Fokus. Vielen Dank.